Was reint sich denn auf Fontane? Zum Beispiel, ja, hier, Effi Priest. Vom Namen her hat er auch gelesen. Mann, 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 ist das wieder eine Trängelei heute? Schreib lieber rührende Geschichten. Die Figur eines Dichters hat man es wahrlich nicht leicht. Jemand in Reveque drauf, da gab es doch ein paar Kandidaten. Besser, besser hätte ich es nicht formulieren können. Das ist alles. Das ist alles, Frau Gahr. Und dann, dann trete ich meines Weges ab. Aber nur durch einen tragischen Unfall. Was lesen die Leute? Ich komme natürlich mit der mit. Stellen Sie sich mal vor, Reveque oder Reveque. Unvorstellbar, was? Großartig. Höartig. 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 Vielen Dank.